Autos, die man sich nicht kaufen sollte. Audi S6 als 4F, 10 Zylinder, Sauger, der gerne mal kaputt geht, viel zu viel verbraucht und der 4.2 FSI ist eigentlich genauso schnell. Sollte man nicht kaufen. BMW i90 als 320 IS, warum nicht? Der geht viel, viel öfter kaputt und mit 173 Sauger PS reißt er echt keine Bäume aus. Hammer H2, in Gegend ist es zu einem G63, kann der nix, verbraucht unendlich viel und du hast nicht mehr Platz drin. Einziger Grund, so einen zu haben, du besitzt ein Solarium oder ein Fitnessstudio und dann Vätern V10 und Touareg V10. Viele Steuern, Abgasnorm, alles zugebaut und der 6 Zylinder Diesel ist viel, viel besser. Es gibt keinen vernünftigen Grund, so ein Auto zu kaufen, genauso wie beim Pluriel von Citroën. Das Dach wird immer undicht, die Getriebe sind eine Katastrophe und du wirst immer Probleme haben. Bei einem Auto, was noch nicht mal jemand cool findet, das wären die ersten Tipps für Autos, die man nicht kaufen sollte.